Hallo München! Viele Grüße vom US-Generalkonsulat. Ich freue mich auch in diesem Jahr den CSD München zu unterstützen. Der CSD ist jedes Jahr ein großes Highlight für das US-Generalkonsulat und definitiv auch für mich persönlich aus meiner Zeit in München. Proud, human, queer. Die Message des diesjährigen Mottos ist klar. Solidarität, gegenseitige Unterstützung und Zusammenhalt. Zusammenhalt gegen Diskriminierung und Hass, aber auch Zusammenhalt beim Kampf gegen die anhaltende Kriminalisierung von LGBTQIA plus Menschen, die leider weltweit noch viel zu stark verbreitet ist. Wir werden das nicht akzeptieren und solange für die Gleichberechtigung alle eintreten, bis diese erreicht ist. We will always advocate for human rights and the LGBTQIA plus community worldwide. Der Christopher Street Day steht für den Kampf der Gleichberechtigung und Akzeptanz von LGBTQIA plus Menschen. Diesen unterstützen wir und die gesamte Community des US-Generalkonsulats München von ganzem Herzen. Danke CSD München und allen Unterstützer und Unterstützerinnen. Wir freuen uns, euch nächstes Jahr auf der Parade zu sehen und mit euch zu feiern. Let's celebrate Diversity! Happy Christopher Street Day!